Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wer sich schon immer mal gefragt hat, wie die Kohlraupe aussieht oder der große Kohlweißling, das kann ich euch zeigen. Hier an meinem Rosenkohl ist er. Schaut mal, da ist er. Hier hat er auch schon ordentlich ein bisschen was weggefressen. Und hier wurden Eier gelegt, hier auf dem Blatt auch. Ja, das Ganze muss weg. Wie das geht, seht ihr auf meinem Hauptkanal, auf meinem YouTube-Kanal, also Handyman. Schaut einfach dort mal rein. Hier wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, wie er aussieht, dass ihr ihn erkennen könnt und dementsprechend auch handeln könnt. Das Problem sollte nicht ignoriert werden. Wenn man es rechtzeitig angeht, ist es keine große Sache. Ja, ich hoffe, dieses kurze Video zum Erkennen des Kohlweißlings oder auch der Kohlraube hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!